warte doch nicht durch mich durch tut mir leid hat jemand weed gefarmt in der höhle pferde schifte 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 nein ich glaube einfach nur da ist eine kiste die leer ist ich hasse das woanders rauszukommen so ich mach dieses portal erstmal aus was war das was hast du das ausgemacht ja interessant da äpfel nehme ich mir dann müssen wir doch rechnen wenn ihr portal direkt daneben hinstellen oder viele öfen die haben hier geht's rauf ja wir auch sollten nicht zu lange bleiben nicht dass sie da die kommt wenn jetzt wenn sie zurückkommen und nicht draußen denn dann kommen die wandel raus ich hab das portal kaputt gemacht haben sie das portal gegossen ich brauch wasser das sieht so aus als hätten wir nicht richtig erforscht möchte sein was die gegend hier generell oder was nein hier die höhle ach so dachte jetzt gerade eben das wäre so ein also ich tippe auf dass es der blaze war ja hier habe ich schon mal rechts angefunden glaubst du das ist die zuerst und nicht ach so was dann bedeutet mir dass da noch mehr portale ja natürlich sind ja mehr portale was denke ich mir denn nur die sind dann noch weiter da hinten vielleicht vielleicht noch nicht ich nehme also ja schon aber keine nichts die schreit ja immer nach kohle gut da gehen wir zurück oder also wieder hoch hier nehmen wir gleich die treppe diesen mehrere treppen wir kommen wir in der höhle kämpfen aber die sind auch im chat still ja viel lebt nicht mehr ja mal schauen ich kann einfach hier hoch oder was von mir aus gut dann gehe ich hoch ich nehme die kohle so lange noch mit ich folge dir auf dem fuß aber ich gehe direkt gerade hoch das heißt man kann mir nicht so gut folgen ach so also musst du einfach eine fackel unter dir setzen so dass wenn flint ist wenn der kies ist das praktisch nicht auf den kopf fällt ich höre einen enderman ist auch noch um exolo ja ja da war auch steana aber 0 0 ja ja das waren das ist das war ja vielleicht glaube ich weil also die waren ich glaube das waren die koordinaten wo ich die auch gesehen habe ganz am allerersten tag noch es ist nacht da in der nähe war jetzt nirgends lava oder da bin ich über was ja das ist ja wegen wegen gerade hochgraben ist das ja nicht so ohne Achtung hier sind viele mobs also aufpassen ich bin jetzt genau bei 0 0 wo ich die säule gebaut habe auch wie hoch geht denn das noch oh das war ein guter tipp hier mit mit fackel stellen ich bin von sand erschlagen worden nicht mehr merken und ein block neben dem wasser raus und hier ist ein creeper warum muss es nachts sein und warum habe ich hunger es sollte in 6 minuten permalate sein also was ist unser plan wo seid ihr wir können hier rumlungern und ein haus bauen wir sind nicht in den waldrand sondern in die Ebene Ebene ich sehe hier wasser Aua wir können auch mal spaßeshalber zurück zu unserem portal laufen und gucken ob das da irgendwas anders ist vielleicht können wir da wo wir dann rauskommen oder wie ich werde von dem baby zombie verbefolgt wir laufen nördlich Moment sollen wir weißt du was ich meine ich bin grad östlich also sollen wir uns wieder bei unserem portal treffen oder wie ach ich sehe dich ja weißt du dann können wir wir können gucken ob jemand bei unserem portal raus gekommen ist ja oder wir gehen einfach mal durch schauen wo wir jetzt raus kommen wir werden wahrscheinlich wieder da raus kommen ne ne das portal ist aus also man muss das woanders hin lenken das portal das öffnet sich ja dann neu ne 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 das sucht sich das nächste portal wird noch ins da also nachdem mehrere teams in der Nähte reingegangen sind ja weil dann müssen wir wieder alle reingehen weil sonst landen wir ja können es ja nicht zurück nicht sicher zumindest ja keine ahnung wir wollten es ist egal wir können einfach nur warten dort ja also ja also wie du willst ja deshalb ich hätte jetzt geguckt ob sich da außen was verändert hat also auf der oberfläche also also ob sich wahrscheinlich auch hat sich ja nichts geändert ja ja natürlich hat sich nichts verändert wir dürfen das portal aber auch nicht bekämpfen ist das problem ja machen wir nicht einfach rumlaufen und warten oder also ich bin noch also ich bin schon alle auf 100 prozent geblieben sind also dieses team dieses die haben immer noch keinen schaden und die pinken ist richtig krass vielleicht sind die alle 8k ja ich habe hier noch zwei ähm zwei eisen für meine schere damit ich ja kann ich dir geben oh wie nett moment ich mach dir eine schere gleich warte ich muss gerade den enderman töten oh der mag der mag mich jetzt ähm exodo ist enderman schaden an nein nein ja das ich habe auch keine bekommen wenn du stehen bleiben würdest könnte ich dir deine schere geben oh cool ja danke stimmt danke ok brauche ich bloß noch bäume finden in der ebene in der ebene was genau willst du mit dem bäumen äh mit dem ding machen vorsicht tinte die ist eine spinne dann gell jup die ist nicht so schnell wie ich ich will damit blöcke lief äh 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 blatt blöcke holen weil die cool sind na natürlich sind sie cool aber genau deswegen hole ich sie muss nicht sterben jetzt oh ich bin so müde warum ist das so spät warum könnte er sich früher aufnehmen und warum passiert dir nichts ah du musst hier nur sterben ja ne ich müsste schon wieder auf den pott ey ja natürlich so nicht aber ich bin schon wieder level 1 uhu nein ich wollte es denn kloan oh oh ich hasse die viecher und voller dem texturpäckchen Ja, ich glaube, wir müssen weiter umlaufen, sonst seid ihr eigentlich. Oder wir machen das tatsächlich, dass wir alle nochmal durchgehen und dann direkt wieder zurück. Okay, von mir aus. Geht wenigstens was, vielleicht treffen wir ein Team. Okay. Ich glaube, wir sind die einzigen, die nicht so wirklich eine Base haben, oder wie? Oder was? Ne, gut, wissen wir ja nicht, aber... Okay, ich gehe durch. Gut, geh du mal durch. Und? Und, und, und? Was habe ich gesagt? Jetzt wieder zurück, oder? Äh, warten wir noch. Ob ich jetzt auch schon durchgelaufen? Ja. Das heißt, dass die im Wald weg sind von 0,0. Vielleicht sind sie auch gar nicht im Nether. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück und gucken, wo wir rauskommen. Das ist ein neues Portal. War das eine Wildschneed, siehst du? Ah, da ist ein Skelett hinter dem Tor. Das sieht mir so aus, als wäre es gerade erstellt worden. Ne, hier waren Torches. Echt? Hier ist Gold. Hier ist Gold. Das nehme ich sozial. Das war ich nicht, also. Wo ist noch mehr Gold? Ja, ich nehme es also, ich reg mich nicht auf. Noch mehr Gold. Ich habe ja die besten Ideen, ich gebe es dir. Oh, hier geht es gleich an die Surface. Ne, Spaß. Wo seid ihr jetzt gerade langgegangen? Ähm, wir sind wieder bei der Blaze, wir sind wieder in der Raven, wo ich war. Äh, wo seid ihr hier langgegangen? Ich bin immer noch beim Partei. Ah, hier. Also ich weiß, wo es hochgeht, schau hier. Hier. Sollen wir hochgehen, oder? Lass mich diese Höhle noch ganz kurz ansauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, aber ich weiß auch nicht, was wir finden sollen. Gehen wir hoch, oder? Gut. Bitte Gold. Mit unserem Namen, sie ist da gezogen. Das war ein kurzer Trip. Gut, ich bin an der Surface. Wo geht es hier rauf? Äh. Hochbauen. Echt? Ja, da ist so eine Schlucht. Achso. Ne, das ist doch was. Ah ja, ja, habe ich schon. Ich weiß es nicht so ganz genau, wo ich jetzt gerade bin. Ne, das war eine andere Schlucht. Hier sieht auch alles gleich aus. Hm. Das ist echt eine fiese Aufnahmezeit, wenn man öfters wo hin muss. Ja, ich muss auch mal einen Schluck trinken. Ja, trinken ist nicht das Problem, eher es wegbringen dann. Da ist jemand, da ist jemand, oder? Wo? Wo? Oder bist du, Exolo? Das bin ich, glaube ich. Ja, das bist du. Mein Gott, das erschreckt mich doch nicht. Gehen wir zurück zu 0-0, oder? Oder machen wir uns hier erstmal kurz Pause. Ähm, ja. Ich kann noch ein bisschen Schokolade essen. Ich bin alle dich. Kinder-Schokolade. Oh, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Vor der Aufnahme gemacht. Wo? Grau. Die haben Pots, die haben Pots, die haben Pots. Komm, die? Ich esse mal einen Apfel und keinmal. Der, 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 schnell, der, schnell. Es, essen wir, Apfel. Wo ist er hin? Er soll einen Bows bitten? Gerade durch, gerade durch. Der ist auf der anderen Seite. Das ist bei Fidje. Der läuft schnell, meine ich. Die scheiß Bäume hier im Weg. Er ist enchanted. Äh, habe ihn getroffen. Er ist auf 53. Nee, er läuft nicht schnell. Oder nicht. Oh, laufen die nicht. Hoffentlich finde ich euch wieder. Ich rush rein. Aber diese Bäume, ich komme hier nirgends durch. Lass mal. Ja, gut. Ich laufe nicht mehr. Seid ihr immer noch Richtung Osten? Wir haben ihn schon. Der hatte, der hatte Healing. Ich habe zwei Gap. Oh, das tut mir jetzt leid. Okay, wo seid ihr jetzt? Echt gut. Wir sind bei, ich komme mal wieder zurück zu dir. Ah, ich sehe dich. Tut mir jetzt leid eigentlich. Ja. Der hat keine Pots gehabt, gell? Nee. Nee. Damit hätten wir jetzt noch, wie viele Teams übrig? Äh, nehme mal hier. Äh, uns. Äh, lila. Sind zwei. Ich habe zehn Level drauf. Ich habe zehn Level auch. Ich habe vier. Hast du Bücher? Ähm, ne. Ich meine, ich glaube, ich kann noch Gold von unten kochen. Ich glaube, Schafen ist ein Tier. Hat jemand noch Öven? Sonst muss ich mal einen machen. Was brauchst du? Öven. Ich habe einen Bogen, den, wo du mir gemacht hast. Nee, Öven. Ja, ich habe zwei Stück noch. Egal, ich mache. Also hast du ja da den Flint gehabt? Äh, vier. Dann gebe ich dir mal das Tier. Ach ja. Hm. Ob ich 30 Sekunden habe? Hm. Was auf deinem Schwert kommt sie? Schafen ist eins Tier. Okay, habe ich auch. Äh, was ist auf deinem Schwert, Rio? Ähm, Hypercut eins Schärfe eins. Ah ja, hier, nimm das mal. Das Tierschwert. Oh, das muss man ja. Nicht bitte einen Projector Protection Krieg. Sehr gut gemacht. Danke für gar nichts. Hast du dich verbrennen oder hast du was? Äh, Fahrzeug. Ja, dann tue ich hier mal. Verbrennen. Ich habe immer noch, ich habe noch 13 Gold gerade. Ja. Ich habe drei rote Äpfel. Das ist Wahnsinn. Hätte ich gerne mal einen. Äh, geht jemand in einem mal ab? Ich habe zwei und noch drei leere. Wie viel Äpfel hast du, Rio? Ich habe den einen Goldapfel. Okay, dann kannst du noch einen haben. Hast du noch Gold, Exono? Äh, eins. Und du? Rio? Ich habe kein Gold. Okay. Gut, dann, äh, können wir gehen, oder? Fast. Gut, wieder zurück und weiter. Boah, aber raus aus dem Wald, das ist ja ekelhaft. Ich denke, es ist immer noch auf 100. Gibt es denn das? 15 Minuten noch. Entweder trotzdem keiner rein, oder? Dann kommt es ehrlich mal zu einem Kampf. Ja, das hat mir jetzt ein bisschen leid getan. Der hatte ja keinen Bogen, gell? Ja, ich meine, nein, ich glaube nicht. Jetzt ist sein ganzes Team in seiner Immenator gestorben, da. Gegen Spieler eigentlich, oder gegen NPCs? Äh, die haben, die haben, die haben gegen Spieler, gegen Grüge, glaube ich, gegen Karten, oder? Ja, immerhin. Oder was Blau, ich bin mir nicht sicher. Raddars Tod war ja dann so Zombie. Ich glaube noch mal zum, naja, das Portal ist aus, oder? Hm? Ich glaube noch mal kurz zum Portal. Ich glaube nämlich, dass da irgendwer ist, aber... Naja, gucken wir, in eine andere Richtung, gell? Äh, was? Du, welch ich? Ja, ich lauf mal hin. Ich verwirr mich. Ja, du bist richtig, du bist richtig. Ach so. Ich bin tot. Ach ne. Da war ein fucking Loch, ey. Boah.